Okay, also ich bin Volker, ich bin bei Robert etwa jetzt seit Oktober und habe jetzt angefangen, wohl das härteste Karate, ich versuche es richtig auszudrücken, Kuyukushin Karate, und das ist einer der, wie gesagt, der härtesten Karate-Kampfarten. Von meinem Wesen her entspreche ich dem überhaupt nicht, aber es ist wirklich eine Herausforderung und ich denke, ich habe wirklich schon Substanz bekommen im Training. Also ich habe beim Robert schon auch härter gelernt, was eigentlich sonst meiner Art nicht so ist. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt so ein bisschen die Fortschritte, die er mit mir gemacht hat, wie gesagt, wir sind noch am Anfang, mit mir zu üben. Jetzt, ich schlage und blockst. Ich schlage und blockst. Jetzt denke ich mir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist heiß.